Sie lassen es noch einmal krachen. 61 Narrenzünfte nehmen am Rosenmontagsumzug in der Ravensburger Innenstadt teil. Dabei geben sie noch einmal alles. Vor allem beim Mädcheneinfangen. Und wir? Tja, wir müssen leider auch dran glauben. Zusammen mit Tina alias Luigi sperren uns die Narren in den Käfig. Es war super, nur Mario hat auch gefehlt. Ich bin ja Luigi und wir gehören zusammen. Und Peach ist auch. Ob sie die beiden bei dem Getummel jemals wiederfindet? Tatsächlich, da sind ja Mario und Prinzessin Peach. Ganz schön ausgefallene Verkleidung für einen Mann, oder? Wie verkleiden? So sieht der immer aus. Ich bin Peach. Du wirst gar nicht verkleiden. Ich bin Prinzessin Peach. Und der Mario und Luigi seit 30 Jahren schon wartet darauf, dass sie mich retten. Aber ich mache nichts. Ich mache nur Quatsch. Vielleicht sollte er, äh Verzeihung, sie, sich bei ihrer Rettung lieber auf die Akrobatik-Künste der Brochenzeller Hexen verlassen. Spektakuläre Peitschenkunst gibt es von den Weingarter Plätzlern. Ganz ohne Übung geht das aber nicht, oder? Wir trainieren eigentlich erst ab hauptsächlich, aber unter dem Jahr machen wir Geburtstage schneller und sonstiges noch. Also wir sind schon in Übung. Schwer in Übung. Ab Aschermittwoch haben sie ja alle wieder genug Zeit, um sich auf die nächste Fasnacht vorzubereiten. Aus dem Übung. Oh!